Leute, ich bin mega, mega zufrieden, wirklich. Der Service. Ich habe gar keine Schmerzen. Ich sehe gerade so kaputt aus und müde, weil ich eine Betäubung bekommen habe. Aber ansonsten, wirklich, ich höre euch auf. Natürlich zeigen wir es aussieht. Ich fühle mich mega, mega, mega zufrieden. Die Leute sind top top. Danke für alles im Video. So Leute, hier ist Carsten Ragazzo. Erstmal bedanke ich mich bei Elite Herr für die super, super gute OP. Bei der Behandlung, bei der OP, wirklich, ich habe nichts gespürt. Das Ergebnis seht ihr auch. Alles super. Warum ich mich für Elite Herr entschieden habe, ist, weil viele Freunde, viele Influencer auch hier gemacht haben. Und ich ein wenig vorne Haarausfall hatte. Dann dachte ich, lieber jetzt, anstatt später, lasse ich mir die Haare pflanzen. Und ein wenig den Bart. Und ansonsten, ich bin mega zufrieden und danke euch für alles. Bis zum nächsten Mal.